Nürnberg So, werte Gäste, herzlich willkommen in unserem Shuttle-Express, der bayerischen Dägerbahn auf der Fahrt vom Amtschubar auf Bahnhofzeit. Wir wünschen Ihnen eine angehenehme Reise. Ein paar Informationen zum Programm. Sie finden im Augsburger Bahnpark eine Drehscheibe, wo ein V60 ausgestellt ist. Sie haben die Möglichkeit, bei der Bayerischen Dägerbahn das Betriebswerk noch zu besichtigen. Der planmäßige Beginn wäre 13.15 Uhr. Voraussichtlich wird dieser Termin ab 13.30 Uhr verschoben. Somit haben Sie die Möglichkeit, noch zum Berg runterzugehen. Behalten Sie dabei allerdings, dass Sie sich neben dem Berg noch anmelden müssen. Sie brauchen dafür nämlich ein Shuttleport. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, das Runde aus Europa zu besichtigen. Dort befinden sich historische Elektro- und Dampflokomotiven. Auf dem Freigelände des Bahnparks befinden sich die verschiedenen Einbahnverkehrsunternehmen, wie zum Beispiel die Deutschbahn, die SETG, die Lokomotion und weitere Bahnbaugruppen zum Beispiel. Das Lokkaffee befindet sich direkt hinten dran. Dort werden Sie mit Schweiß und Getränken versorgt. Ansonsten können Sie noch die Modellbahn sowie die historische Dampflokomotiven besichtigen. Für den Schnee. Ein Halbnis, den Rand JA. Der Land hat die Bahnhof, der Bahnhof aus den Baustürk so, sie hat den Bahnhof von den Berg. Ein Halbnis, der Bahnhof, der Bahnhof in derPartnerbahn ist die Bahnhof. Jimewald-Hahn-Reistosen muss man ein bisschen weiterentwickeln. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Norddeutscher Rundfunk 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ah, da ist es. Rundfunk Bahnpark Bahnsteig aus Stittings